Der nächste Redner ist der Kollege Thomas Erhom von der AfD. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Roland Koch hat einmal gesagt, mit Statistiken und Politikern verhält es sich so wie mit einem Betrunkenen und einer Laterne. Sie dienen in erster Linie der Aufrechterhaltung des eigenen Standpunktes und weniger der Erleuchtung. Und eine solche Statistik geistert nun seit ungefähr zehn Jahren durch die Medien. Die absurde Behauptung, Frauen würden angeblich bei gleicher Arbeit und gleicher Leistung 21 Prozent weniger Lohn erhalten. Und man kann nun solche Zahlen wie in der Waschmittelwerbung Stereotyp immer und immer und immer wiederholen. Und das mag auch dazu führen, dass man einige schlichte Gemüter findet, die dann damit losziehen und am nächsten Stammtisch behaupten, das wäre so. Aber richtiger werden diese Zahlen dadurch nicht. Denn selbst unter linken Hardcore-Ideologen hat sich doch inzwischen herumgesprochen, meine Damen und Herren, dass man diese Statistik um diverse Faktoren bereinigen muss. Und so lassen sich allein drei Viertel dieses sogenannten Gender Pay Gaps durch strukturelle Unterschiede erklären. Nämlich dadurch, dass Frauen und Männer nun einmal in der Regel andere Berufe bevorzugt für sich auswählen. Und da müssen Sie sich nur mal die Mühe machen. Gehen Sie mal in eine Universität, setzen Sie sich mal in eine Vorlesung in einem sogenannten MINT-Fach und gucken Sie mal, wie viele Frauen da drin sitzen. Und es ist doch auch nicht so, meine Damen und Herren, dass da am Eingang zum Vorlesungssaal irgendein gruseliger Türsteher stehen würde, der, sobald sich eine Studentin zeigt, sagt, du kommst hier nicht rein. Das ist doch Unsinn. Und natürlich verdienen am Ende des Tages Ingenieure und Chemiker besser als eine Sozialwissenschaftlerin. Wir leben aber im Land der freien Berufswahl, falls Sie das noch nicht gemerkt haben. In diesem Land kann jeder Ingenieur werden, auch Frauen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Kollege? Nein, im Moment nicht. Und erzählen Sie mir jetzt bitte nicht, bitte nicht. Das Problem wäre, dass man den armen kleinen Mädchen zu Weihnachten zu viele Puppen und zu wenige Bauklötze geschenkt hätte. Denn diesen Unsinn können Sie nun wirklich nur noch Leuten erzählen, die sich ansonsten die Schuhe mit der Kneifzange zubinden, meine Damen und Herren. Ist jedenfalls die Statistik um diese Faktoren bereinigt, dann bleiben von dieser sagenumwobenen Lohnlücke erst einmal ganze 6 Prozent über. Lässt man dann weitere Faktoren in die Statistik einfließen, wie Bildungsstand, Dauer der Betriebszugehörigkeit, familienbedingte Auszeiten und den Umstand, dass Frauen einfach nun mal öfter in Teilzeit arbeiten, dann bleiben, so wie es übrigens das Institut der deutschen Wirtschaft natürlich gemacht hat, dann bleiben von dieser Gehaltslücke weniger als 2 Prozent, weniger als 2 Prozent über. So. Und dann frage ich Sie, dann frage ich Sie, wovon reden wir hier eigentlich? Und so schlimm kann es ja auch nicht sein mit der Chancenungleichheit der Frau in einem Land, in dem es möglich ist, mit einem abgebrochenen Theologiestudium in den Deutschen Bundestag zu gelangen und dann 9.500 Euro zu verdienen. Nein, meine Damen und Herren, letzten Endes geht es doch hier um etwas ganz anderes. Es geht um eine Neuauflage der verstaubten und ewig gestrigen Ideen des marxistisch-leninistischen Weltbildes, wonach es eine Hauptaufgabe ist, die Frau in die Produktionsarbeit einzubeziehen, um schließlich die Familie als Keimzelle der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zu überwinden. Das ist doch das, was in Ihren Köpfen herumspucht. Aber so viel muss man den 68ern ja lassen. Ihre Ziele setzen Sie um. Nach der Vereinnahmung der Medien hat man den Frauen erfolgreich eingeredet, dass es hoffnungslos rückwärtsgewandt sei, Kinder nicht nur zu erzeugen, sondern sie am Ende auch noch zu erziehen. Wie furchtbar! Nach der Vereinnahmung der Medien genau hat man das den Frauen eingeredet. Und nun durch eine Abgabenquote von 52 Prozent haben wir die Frauen so wie geplant in die Lohnabhängigkeit hineingedrängt, nebenbei den Grundstein für eine Verstaatlichung der Kindererziehung gelegt oder, wie Herr Scholz es ausdrücken würde, die Lufthoheit über den Kinderbetten erobert. Also keinen Fehler gemacht! Keinen Fehler gemacht auf dem Weg zum totalen Irrtum. Und nun kommen die von der AfD und thematisieren das. Ja, wir tun das, weil wir wissen, dass, wenn Linke von Gleichberechtigung reden, sie in Wirklichkeit Klassenkampf meinen, auf dem Weg in ein sozialistisches Europa, meine Damen und Herren. Und immer mehr Menschen verstehen das. Ja, das ist frustrierend. Das kann ich mir vorstellen. Wissen Sie, von Linken und Grünen, von denen, die brüllen, Deutschland verrecke, von denen habe ich noch nie etwas anderes erwartet. Dass aber eine konservative Partei wie die CDU unter der Führung einer in der FDJ sozialisierten Kanzlerin nicht mehr willens oder nicht mehr in der Lage ist, solche Zusammenhänge zu verstehen, das ist in der Tat ein Armutszeugnis. Die nächste Rednerin ist für die FDP-Fraktion, die Kollegin...